Herzlich Willkommen zu meinem neuen Projekt auf der PS3, ja das ist GTA 5, mein erstes Projekt auf der PS3. Ja, ich hoffe wir werden sehr viel Spaß mit dem haben, ist mein 50-Auer-Special, Spaß mit dem haben wir, äh, ich will viel Spaß mit dem haben, ja, wie immer. Ja, jedenfalls ein Online-Modus, den werde ich natürlich auch spielen, aber das war er mit meinen zwei Freunden, mit meinen Kumpels. Oh, Weihnachten. Geh in das Spiel schon. Geschenke, ich geh mal aus dem Weg. Darf ich ihn nicht erschießen? Glaub ich vielleicht nicht. Komm schon. Komm, Bewegung. Los, jetzt komm, bewegt dich. Dann schieße ich nochmal aus Versehen. Geht doch. Oh, jetzt finden wir mal die Bombe. Mach nichts. Warum? Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht. Danke sehr. Da habe ich meine Hexen aufgelöst. An meinem PC. Und hier ist ein Tapirer. Ja, mal sehen. Ich gehe schon mal weiter. Geht doch gar keiner, ne? Wie kommt das Tüter da zu mir? Oh, Geld, 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 Geld. Alles meins. Oh, was. Na, ich würde alles vergessen. So, das war's. Immerhin ist das rot. Beschwer' dich mal nicht. Komm, mach. Und kabumm. Komm, schnell jetzt, bitte. Komm, komm. Oh, waffeln, 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 waffeln. Komm, wollen wir nicht mehr haben? Jo. Äh. Äh, Alter. LOL. Von wo? Schon jemand hinter mir oder was? Was ist das für ein Fail gewesen? Ja, fand ich schon gut an. Ja, es kommen noch viele weitere Spiele in Orp3. Eigentlich könnte ich auch mal P3 sagen. Ja, ich hätte nicht Skandaten, ne? Ne. Oh, ich habe mich schon nachladen, ne? Ich habe mich nicht gesehen. Oh, ich bin tot. Oh. Ich mache mich noch mal. Ich gehe hier hin. Oh, komm. Guck mal, wie soll ich sterben? Und weiter. Sind alle tot. Das war's. Das war's. Wir sehen. Die sind weg! Die sind auf jeden Fall tot! Einfach Gas geben, man! Boom! Einfach mal um die Kurve! Aua! Na ja! Oh, hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck! Fuck! Uh-oh! The fucking bed! Someone musta fucking talk! Hey, Brad's gonna be fine! We gotta get the fuck out of here! Fuck! Out of here! Oh, Jesus! Key, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Let's go! Go! Nooo! Motherfuckers! Wow, me so impact good! I'm a fuck! Don't shoot! Where's the chopper? I don't know what you're talking about! Fucking stay back! You come near me! She's fucking dead! Stay back! Oh, no! God, help me! Help! Go! Go! Yeah, das war der peinliche Banküberfall. Und wir sind tot. Aber es ist das Spiel vorbei. Es war ein sehr großes Spiel. Hier kommt unsere eigene Beerdigung. Wir wissen nicht Ihre infiniten Mysterien. Aber wir wissen, dass Sie Glück an unsere Freunde zeigen. Ja, GTA 5. Endlich geht's los. Lange habe ich darauf gewartet. Sehr lange. Und endlich kann ich spielen. Ich kann's nur bei Last Plane. Das ist... Ich meine, ich hab das Spiel schon seit dem 1. Oktober, aber... Ich kann endlich Last Plane. Das finde ich sehr geil. Ja, PS3. Da wird noch vieles kommen. Das war's. Und wenn er auf seine Hände in den ganzen Tag schreit und schreit und schreit und schreit und schreit, wenn er das ganze Spiel spielt. Wenn das unser Standard für Gönne ist, dann ist das Land schreit. Und was für dich? Was für mich? Hey. Ich habe die Vorteile, dass das Kind hat. Bei der Zeit ich war, ich war in der Zeit, ich war in der Prise twice. Ich habe Banken. Ich habe Horsen. Ich habe Horsen. Ich habe Horsen. Ich habe Dope. Und Sie sehen sie als Erwartungen. Es waren die Möglichkeiten, die ich hatte. At least, ich sie habe. Und wo haben diese Möglichkeiten dich bekommen, Michael? Sie haben mich gerade hier. Am Ende der Straße. Mit einem großen Haus und einem unbezüglichen Kind. Und ich bin mit dir, weil niemand mehr ein Scheiß gibt. Oh, ich bin ein Traum, Baby. Und das Traum ist verletzt. Es ist verletzt. Let's alles raus. Ich glaube, ich habe gerade getan. Oh, ich glaube, das ist alles, was wir haben. Die gleiche Woche nächste Woche? Ich glaube. Ich muss sagen, ich bin nicht sicher, dass das alles funktioniert für mich. Ein Gefühl, dass die Fertilität überrascht ist eine wichtige Rolle in dem Prozess. Embraten Sie es. Whatever du sagst, Doc. Ich habe schon mal durchgespielt. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ein sehr geiles Game. Ja, wir auch richtig geil. Ich weiß nur wie du fühlst. Das ist ja auch nicht schlimm. Man, die Fertilität muss hier irgendwo sein. Obwohl sie es unter der Sandbüche verraten, Mann. Ein weiterer Produktion von Mar-Davis. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Kannst du mir sagen, wo Berto Beach House ist? Nein, homie. Ich kann nicht. Mann, komm mal. Mann. 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 Get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize it. See, what you don't realize is that we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You fucked up on doing this, Nick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This is the spin-knock right here. Your boy, Simeon, wasn't bullshit. Man, get your ass in me. Bring your ass, fool. Boy, we's trying to boss somebody. Wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, können wir mehrere Charaktere spielen. Nämlich drei. Das sind ja die Namen verrate ich jetzt. Ist eigentlich sowieso schon klar. Ist immer Franklin. Michael und Trevor. Ja, aber ich will noch nichts von dir erzählen. Das werdet ihr ja in der Zeit sehen. Und einem richtig geile Karren. Und ich nehm den roten, weil ich find den sehr geil. Und ich weiß, wie man das ist. Bobby, big dick on a n***a, huh? Damn, das m******a hat Robo-Roof in everything. Nämlich me magas, no? He shoulda paid the nizzle. Ha, 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 ha. Now, you got a grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, no. Oh, it's like that? For sure, homie. Meine Fahrkünste sind nicht die besten, also, ne? Ja, Leute. Hey. Ja, und es gibt Spezialfähigkeiten. Wo man halt lang in den Zeitlupe fahren kann. Und man halt auch besser ausweichen kann. Dass man mal die Kurven kommt. Dass man hier Motorradfahrer umfahren kann. Schauen wir mal. Der ist weggeflogen. Ja, meine Fahrkünste, ich sag's doch. Die Menschen. Oh, Alter. Die Menschen mit Motorradfahrer um. Die fliegen immer so schön weg. Die Männer oder Frauen, die da drauf sind. Oh, Cnappen,εις? Ach, klar. Fahrr mich rein, ey. Es ist in dem Moment, wo ich keinen, wo ich gedacht habe, ich komm mit denen vorbei. ist hier noch, ja, ich muss mich nicht merken. Ich habe immer sehr seitdem ich GTA gespielt habe. Ich habe diese Fähigkeit immer nutzen. Ja, ich werde ihn doch gerade ausbauen können. Wow, du bist ein Arsch. Läder, mach mal eine Scheiße. Der Arsch hat mich abgedrungen. Boah, Alter, ich kann nicht fahren, ich merke. Scheiße. So, dog, move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. Ich werde etwas flöten durch deine Scheiße. Doch, ich bin sicher, dass das Schöne funktioniert, dog. Oh, shit. Oh, shit, die eineinige Zeit. Be cool, nöge. Wir haben die Arbeit. Whatever, du sagst das, ich sehe dich im Kaufhof. Sagst du sagst das, meine Scheiße. Ich werde mich nicht langfahren. Ich werde den zwei in genau rein. Die Karre sieht natürlich sensationell aus. So kommen wir hier rein. Mal gucken, ob wir es hier verstecken. Wir haben es geschafft. Und ab zum Auto aus. Danke. Oh mein Auto jetzt. Sieht nicht schön aus. So war ich aber aus. Wir müssen in ihre scheiß Karrein verfallen. Oh. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ich weiß nicht, dass ich niemanden ein n****. Was ist das? Ich meine, N-Word. Das ist nicht cool, Mann. Ich sage das nicht. Du bist richtig, und du musst es richtig halten. Denn dieser Mann hier ist ein internationales Geschäftsführer, ein Multiculturalist. Das hätte ich nicht besser gesagt haben. Aber in der Gericht, vielleicht ist er kein Racist. Aber ich glaube, dass er genug ist für ein Auto wie dieses Auto. W-Wertig ein bisschen. Dieser Mann hier? Das ist ein Auto, das ist ein echtes Auto. Ich denke, du bist richtig, Lamar. Du bekommst eine Rehabilitation. Ich verstehe. Geld ist ein Problem. Geld ist ein Problem. Das ist das beste Teil. Wenn er wirklich nicht mehr ist, wird er alle diese Geld zu bekommen. Schau mal, Mann. Ich muss gehen. Hey, Simeon. Ich bin weg. Ich will dich auf, Mann. Das ist das beste Teil, Mann. So, Jimmy. Are you sicher, dass du ein Mann genug bist? Oh, Mann. Take the wheel and show me. Uh, sure, okay. Oh, Mann. How about we fall through, Mann? Warn them of the danger of making bad choices. Movie Moogle, Solomon Richards, und Drucker, 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 will be wheelen, heute. Von der News, dass ein anderer historischer Filmstudio, Loewenstein Pictures, hat closed. Oh, this himlisch Gramia, I getivert zu haben und Drucker, mir den Edgar und Drucker, wuch Jeden I'll see you at work don't hate me cuz I'm beautiful nigga maybe you got rid of that old yee yee ass haircut you got you get some bitches on your dick oh better yet maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer she fucking wit nigga what shoo shoo get on out of here okay baby I'll see you at the thing you hear American plastic surgery I was on the phone boy don't be listening god dang freeloader yeah that's our house that's me very aufgeräumt as you can see unser Kleiderschrank ja der sieht schon besser aus ja dann werde ich hier auch erstmal einen kleinen Cut machen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss